Radio 1, Olli Schulz on Tour. Es ist ein Sonntag, es ist ein wunderschöner Sonntag. Die Sonne scheint, die graue Glocke hat sich verzogen, der Himmel atmet auf und auch Sie können aufatmen, denn in den nächsten zwei Stunden bin ich für Sie am Mikrofon. Mein Name ist Olli Schulz, aber die große Frage ist, wer bin ich eigentlich? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Können Sie mir helfen? Wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht wissen Sie selber nicht mal, wer Sie sind. Das gilt es heute alles rauszufinden. Ich bin auf der Suche nach mir selber. Ich würde verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, um mich selber zu finden in den nächsten zwei Stunden. Und ich glaube, in einer großen Stadt wie Berlin gibt es so einige orientierungslose Vollidioten, die auf der Suche sind nach sich selber, vielleicht sie selber auch. Deswegen herzlich willkommen auf der Reise ins eigene Ich. Radio 1, nur für Erwachsene. Olli? Ja, Marion. Marion, unsere erste gemeinsame Sendung. Und dann sind wir mit so einem harten Thema. Suche nach mir selber. Genau. Und ich kenne dich nicht. Sag doch mal so in drei Worten, wer bist du? Witziger Typ, aufgeschlossen, redet viel, manchmal ganz tiefgehende Gedanken, die er verfolgt, manchmal auch völlig dumme Gedanken, manchmal total leer. Zusammenfassend, grundsympathisch. Hast du mal eine Therapie gemacht, um dich selber zu finden? Ja, natürlich. Wer hat das denn nicht gemacht? Ich zum Beispiel, ich habe noch nichts gemacht. Ja, du wirst Zeit. Ich glaube, ich sollte zu einer Therapeutin mal gehen vielleicht. Ja, mach es mal. Aber ich habe immer Angst, dass ich so ein Therapie-Schreck werde. Wenn ich erstmal damit anfange, bin ich rumgereicht in der Therapeutenszene in Berlin. Da ist ja Schulz wieder. Das faule Ei. Ja, das ist gut. Ich war mal auf Gomera. Oh, Selbstfindungskurs auf Gomera. Genau. Und da gab es so ein Osho-Zentrum. Und was da angeboten wurde, war sehr interessant, Schreitherapie. Ich finde, das wäre mal ein Versuch wert. Das kann man ganz alleine machen, das kann man hier im Park machen, das können wir jetzt machen. Wie wäre es? Bist du bereit? Schreitherapie? Ob das hilft? Wie lange muss man schreien? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist individuell. Jetzt geht hier gerade einer längst. Ich warte ganz kurz. Sonst ruft ja die Polizei und denkt, ich mache hier irgendwas Schlimmes. Und das soll helfen? Ja, also offensichtlich öffnen sich da Pforten zu dir selbst. Soll ich mal schreien? Ja. Ich schreie mal. Ah! Und? Ich fühle nichts. Gar nichts? Ich fühle nichts. Ich fühle gar nichts. Das kann doch nicht sein. Marion, ich fühle nichts. Es tut einfach nur weh im Hals. So ist das nicht gedacht, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so. Ich bin Sänger. Mein Kapital ist meine schöne, sanfte Stimme. Das geht nicht. Wir müssen was anderes machen. Ich brauche Hilfe von Außenstehenden. Ja, das glaube ich auch. Ja, Tobe? Ja, schönen guten Tag. Schulz, mein Name. Olli Schulz von Radio 1. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße auch recht herzlich, Herr Olli Schulz. Wie geht es Ihnen denn heute? Na, wunderbar. Die Sonne scheint in mein Stübchen und da geht es einem immer gut. Das hört sich ganz gut an. Sie sind ja Seherin, Medium und Parapsychologin. Ist das richtig? Richtig. Das Sehen ist eine angeborene, ererbte Gabe. Das hat sich ab dem fünften Lebensjahr bemerkbar gemacht. Und Parapsychologie ist natürlich ein Bereich, den man dann, sagen wir mal, erlernt, studiert. Das begann am 25. Lebensjahr. Aber wie hoch ist denn Ihre Trefferquote, wenn ich mal fragen darf? So dürfen Sie mich gar nicht fragen. Entschuldigen Sie. Wenn Sie fragen, wie hoch die ist, dann sage ich Ihnen, wenn es auch nur 99 Prozent wäre, würde ich meine Puppenlappen einpacken. Oh. Es hört sich vermessen an. Wirklich, hört sich ein bisschen vermessen an. Als ich bei der Bundesbehörde noch tätig war, musste ich auch meinen Kollegen die Zukunft vorhersagen und jeder Fall ist eingetreten. Frau Tober, ich bin auf der Suche nach mir selbst. Ich glaube, Sie haben meine Geburtsdaten erhalten und die Uhrzeit meiner Geburt. Können Sie damit schon was anfangen? Da ist ja in Wikipedia auch ein Bild von Ihnen drin. Ist das richtig? Ja, da sehe ich ganz sympathisch aus, glaube ich, oder? Ja, da ist einer in so einem weißen Hemdchen und einer in so einem dunklen. Ich bin der mit dem blauen, genau. Ich bin der mit dem blauen T-Shirt, der so leichte Bier in die Kamera grinst. Also ich will Ihnen eines sagen, Sie sind ja sehr, sehr vielschichtig. Und ich würde Ihnen empfehlen, aus meiner seerischen Ebene, da Sie ja auch ein Mensch sind, der im Grunde genommen sehr nach Stabilität sucht. Andererseits auch sehr flippig sein kann und auch ganz fasziniert von Originalitäten ist. Ich würde Ihnen empfehlen, längerfristig mal zu schauen, dass Sie selbst mal als Regisseur tätig sind. Oh, das wäre ein Kindheitstraum von mir gewesen. Ich wollte Regisseur werden, Geschichten erzählen. Ich habe mich dann aber auf eine künstlerische, untere Ebene begeben und bin Musiker geworden. Das ist nicht ganz so anstrengend, weil es ist ja ein wahnsinniger Aufwand, Regisseur zu werden. Man muss viel lernen. Sie sind doch noch jung an Jahren. Ja, ich bin aber ein bisschen lernfaul. Ich bin ja jemand, der immer gerne Sachen schnell macht. Lassen Sie mal die Ruhe einkehren, die Gelassenkeit einkehren und Ihre Stabilität in den Vordergrund kommen. Dann sage ich Ihnen, sind Sie in vier, fünf Jahren ein wunderbarer Regisseur. Ah, das klingt ganz toll. Und dann müssen Sie sehen, dass Sie auch einen Sponsoren kriegen. Sie werden diesen Menschen auch finden, denn es wird jemand sein, der Ihre Qualitäten erkennt und der also auch sehr großzügig sein wird. Auf den bin ich mal gespannt, wer das ist. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das können Sie aber nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Na ja, also ich sehe, dass das ein großer Geschäftsmann ist. Der hat viele Unternehmungen. Heißt dieser Mann zufällig Robert Skopin? Ist das vielleicht der Programmchef von Radio 1? Wissen Sie nicht, oder? Nein, das kann ich jetzt so nicht sagen. Dann können Sie also auch sehen, dass ich momentan noch in einem finanziellen Notstand mich befinde. Ja, die finanzielle Lage jetzt ist sekundär. Also damit können Sie vielleicht ein Hobbyfilmchen machen. Ja, noch nicht mal. Sie sagen mehr wahre Dinge, als ich jemals hätte geglaubt. Also da bin ich wirklich gerade sehr, sehr erstaunt. So, und ich werde Ihnen eines sagen, Sie müssen etwas aufpassen. Sie haben so leicht unruhigen Magen-Darm-Bereich. Das ist mir jetzt mehr Analyse, als ich gerade in diesem Radiointerview mit Ihnen haben wollen wollte. Da bin ich, das stimmt sogar. Habe ich wirklich. Ja. Sie sind ganz fantastisch. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen telefonieren. Sie haben mein Leben gerade so interessant und kunterbunt beschrieben, dass ich jetzt auflegen muss und weitermachen muss. Das ist unheimlich interessant gewesen. Ich danke Ihnen vielmals für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und ich danke auch und viel Erfolg. Sie schaffen es. Marion, Halleluja, war das ein Gespräch. Ich muss ja ehrlich sagen, sie hat mich gekriegt. Ja, natürlich. Sie hat mich total gekriegt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich werde jetzt gleich wieder kritisch, wahrscheinlich sind das so psychologische Grundsatzdebatten, aber das mit Magen-Darm, das stimmt wirklich ein bisschen. Ich habe Magen-Darm-Probleme in letzter Zeit gehabt. Ätzend, dass wir das jetzt in meiner Radio 1-Sendung gerade besprechen. Das ist mir tierisch unangenehm. Aber woher wusste die das? Hast du mit ihr geredet vorher? Ich habe mit ihr geredet, aber ich wusste nicht, dass du Magen-Darm-Probleme hast. Ja, jetzt habe ich auch keine mehr, aber die kommen wieder. Wenn ich jetzt darüber dieses Gespräch nachdenke, was wir hatten, wie fandst du das denn gerade? Interessant. Sie hat total gut geredet, total interessant geredet. Ich bin ein bisschen baff. Ich würde jetzt gerne irgendeinen zynischen, verachtenden Spruch darüber bringen. Wahrscheinlich kann man das auch. Aber eben gerade fand ich das alles so schön, was sie mir gesagt hat. Und das psychologisch Interessante ist vielleicht, dass sie einem ja auch Mut macht, dass das Leben in Zukunft interessanter wird. Ja, unbedingt. Und dadurch kriegt man eine gewisse Energie. In mir ist es jetzt so, ich habe vor drei Jahren ein Drehbuch geschrieben, ein sehr gutes Drehbuch habe ich geschrieben darüber, dass ein Regisseur, ein erfolglöser Regisseur die Gebeine ausgräbt, die Knochen von Rainer Werner Fassbinder und sich daraus Seife macht aus den Knochen und sich damit wäscht und in den besten deutschen Film aller Zeiten macht dann. Das ist so eine Idee. Und das Drehbuch habe ich wieder verworfen, aber ich würde mich heute am Rand setzen, das zu Ende schreiben. Ich glaube, es wird ein Erfolg. Es wird auf jeden Fall ein Erfolg, das wissen wir jetzt. Hallo? Hallo, hier ist Olli Schulz. Ich würde so gerne Olli Schulz sprechen. Der ist gerade unterwegs. Wo ist der denn? Unterwegs? Wieso, wer sind Sie denn? Ich bin Olli Schulz. Ja? Und ich bin so ein bisschen auf der Suche nach meiner eigenen Identität und würde so gerne mit Leuten reden, die genau den gleichen Namen haben und so einen Abgleich machen. Und da dachte ich, ich rufe einfach mal spontan an. Ja, also der ist, der kommt von Buxtehude. Ach, ist er auch ein Norddeutscher? Ja, ein Norddeutscher. Ich bin auch ein Norddeutscher. Von wo kommen Sie denn? Aus Hamburg. Ja, und er kommt aus Buxtehude, er hat in Hamburg gelebt, ja. Darf ich mal ganz kurz Sie fragen, sind Sie die Ehefrau? Ich bin die Lebensgefährtin. Oh, die Lebensgefährtin. Mein Name ist halt auch Olli Schulz. Und ich mache eine Sendung für Radio 1 und bin da die ganze Zeit momentan und versuche nach mir selbst, versuche verschiedene Möglichkeiten herauszufinden. Jetzt wollte ich einfach mal ein paar Leute anrufen, die auch so heißen. Also mein Leben ist ein einziges Auf und Ab. Einen Tag, da küssen Sie mir die Füße, ich bin der Größte, am nächsten Tag bin ich todunglücklich und nichts läuft mehr. Wie ist es denn bei Ihrem, Oliver Schulz? Hat der eine gute innere Mitte? Ja, der ist sehr harmonisch und überhaupt nicht schwankend. Was ist denn der für ein Sternzeichen? Der ist Löwe. Ich bin vage. Das ist komisch. Eigentlich müsste ich der ausgeglichene Part sein. Hat der finanzielle Probleme? Nein, hat er nicht. Magen-Darm-Probleme ab und zu? Nein. Auch nicht. Kann er gut mit Geld umgehen? Ja. Ah, da gibt es wenig gerade Vereinbarndes so. Ja. Das muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Na gut. Ist er zärtlich? Ja. Ja, das bin ich auch. Also da gibt es schon mal was gebildet? Ja. Super. Da gibt es schon mal zwei Punkte, die uns wieder gleich machen. Musikalisch? Naja. Nicht so? Nicht so wirklich. Bin ich auch nicht, aber ich mache trotzdem Musik. Egal. Und sind Sie glücklich mit Ihrem, Oliver Schulz? Ja, sehr. Wir würden ihn nicht gegen einen anderen austauschen wollen. Nein. Super. Vielleicht sollte der mal einen Job hier im Radio übernehmen. Genau, das sage ich immer. Das klingt nach einem perfekten Olli Schulz. Vielen Dank. Ich richte es ihm aus, dass Sie angerufen haben. Sagen Sie mal schöne Grüße von Olli Schulz. Mache ich. Also dann vielen Erfolg mit Ihrer Sendung. Danke schön. Tschüss. Tschüss. War ja nett. Die hat einen richtig tollen Olli Schulz erwischt. Und warum habe ich den hier erwischt? Warum hat die so einen tollen Olli Schulz? Warum habe ich den hier erwischt? Radio 1. Radio 1. Nur für Erwachsene. Hier ist Olli Schulz. Ich befinde mich in der Bergmannstraße. Ich bin nicht alleine. An meiner Seite ist meine neue Redakteurin Marion. Marion, das ist unsere erste gemeinsame Sendung zusammen heute. Wer meinst du, wer bin ich eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wir treffen jetzt eine Psychologin. Und ich bin ein bisschen nervös. Ich möchte noch eine rauchen. Dann gehen wir da mal rein. Und dann möchte ich mal mit der Psychologin so eine Art Testgespräch führen. Weil die Psychotherapie ist ja, glaube ich, seit Menschengedenken so die reinste und interessanteste Form, sich selber zu finden. Würdest du mir dem beipflichten? Unbedingt. Ja, deswegen gehe ich da jetzt mal rein. Ich bin ein bisschen nervös. Und dann wollen wir mal sehen, was die Dame in zehn Minuten so alles über mich rausfinden kann und ob das das Richtige für mich ist. Auf geht's. Frau Tischendorf, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für mich. Mein Name ist Olli Schulz. Ich bin Radiomoderator, habe seit ein paar Wochen eine Sendung sonntags bei Radio 1. Und jetzt habe ich folgendes Problem. Die Hörer der Sendung können mich, glaube ich, noch nicht so richtig definieren. Und das Problem ist, ich selber kann es auch nicht. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. Und ich bin auf der Suche nach mir selber. Was ist eigentlich Ihre genaue Berufsbezeichnung? Ich bin psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene. Dann bin ich genau richtig bei Ihnen. Wir kennen uns jetzt fünf Minuten. Sie haben wahrscheinlich noch nicht irgendwas, was Sie sagen können, wie lange das bei mir dauern würde, bis ich mich selber gefunden hätte. Jemand, der seit 37 Jahren den gesamten Müll in seinem Kopf aufstaut, nie verarbeitet hat und jetzt auf der Suche ist nach sich selber. Na, das ist die Frage, wie schnell Sie mir vertrauen würden. Also ich glaube, dass das Wesentliche ist, überhaupt sich zu öffnen und zu vertrauen. Und dann kann es auch sehr schnell sehr gut werden. Ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, wenn ich das fragen darf. Gibt es auch so Patienten, die man vielleicht neu hat, wo man denkt, oh Gott, das wird eine ganz harte Arbeit. Der quatscht ohne Ende, aber er kommt nicht zum Punkt oder zum Kern. Ich glaube, ich wäre so ein Fall. Was für Tricks gibt es da, um da direkt fokussiert auf jemanden einzugehen? Na, ich strukturiere natürlich schon mein Gespräch, weil ich möchte ja auch ein bisschen auch Spaß haben an meinem Beruf. Und ich lenke das Gespräch und ich unterbreche das Gespräch und frage auch immer rum, warum es überhaupt diese vielen Worte geben muss. Ertappen Sie sich manchmal selber dabei, dass Sie denken, oh Gott, der redet nur scheiße. Sag ich mal jetzt mal so. Nein, das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Ich stelle die Frage nochmal. Das war ein bisschen sehr... Gibt es Momente, wo Sie denken, oh, der schwätzt ja die ganze Zeit nur? Es gibt Momente, wo es mir auffällt, wenn jemand besonders logoröisch ist, eben so viel erzählt. Dann ist es aber meistens ein Symptom, wenn es mich wirklich nervt. Dann ist es wirklich ein Symptom für etwas, was den anderen auch gerade nervt. Und dann frage ich eher danach. Also wenn ich jetzt gerne bei Ihnen eine Therapie machen wollen würde, dann würde das bestimmt so zwei, drei Jahre dauern, bis man bei mir wahrscheinlich... Geht das auch manchmal schnell? Haben Sie auch manchmal Leute, die kommen so und nach drei, vier Sitzungen ist schon wieder alles gut und man sagt so, hey, ist doch alles in Ordnung oder so? Na, die meisten Menschen kommen ja nicht her, um sich selbst zu erkennen. Das ist ja dann erst der Fortschritt der Therapie, dass sie darauf kommen. Die meisten kommen ja, weil sie ein Symptom haben, nicht mehr schlafen können, Ängste haben, Panik haben, nicht funktionieren auf der Arbeit. Launisch sind, wechselhaft zum Beispiel, eben noch gut drauf, eben wieder jetzt auf einmal schlecht drauf, so wie ich zum Beispiel. Launischer Typ, jezornig, manchmal fröhlich, aggressiv, unpünktlich, gehetzt, sowas alles. Würden Sie mit mir eine Therapie machen, wenn ich Interesse hätte? Ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Vielen Dank, ich würde mir mal Gedanken machen und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeit für mich hatten. Sehr gerne, auf Wiedersehen und alles Gute. Ja, vielleicht melde ich mich wieder. Ja, vielleicht bis bald. Radio 1. 1. Nur für Erwachsene. Liebe Radio 1-Hörer, ich befinde mich in meinem guten alten Opel Astra. Jetzt sitzen wir hier gerade im Wagen, neben mir ist immer noch Marion, schönen guten Tag. Hallo. Zusammen sind wir unterwegs, auf der Suche nach Olli Schulz, nach meiner eigenen Persönlichkeit. Marion, haben wir schon ein bisschen was rausgefunden? Hast du irgendwas über mich herausgefunden, was du bis jetzt interessant fandest? Nee. Nee. Ich bleibe ein geheimnisvoller Mensch für dich. Vielleicht ändert sich das in der zweiten Stunde. Jetzt erstmal noch ein bisschen Musik, Nachrichten, Wetter, all der ganze Scheiß, der dazugehört. Und dann bin ich wieder auf der Suche, nach mir selber. Bis gleich. Es gibt viele Möglichkeiten, sich selber zu finden, sich selber zu erklären und sich selber zu deuten, vielleicht sogar sich selber zu analysieren, liebe Radio 1-Hörer. Ich treffe mich jetzt mit einer Bloggerin, einer leidenschaftlichen Bloggerin, die jeden Tag, glaube ich, bloggt, Sachen aus ihrem Leben veröffentlicht und dadurch für mich den Eindruck macht, als wenn sie sich selber so ein bisschen gefunden hat. Ich würde gerne mal wissen, ist das eine Lebenseinstellung? Ist das eine Therapie für sich selber, wenn man bloggt, wenn man sein eigenes Leben veröffentlicht, wenn man die innersten Abgründe auf eine Homepage bringt und da den Leuten zeigt? Das ist mir ein bisschen befremdlich, ich finde es aber äußerst interessant. Und jetzt treffen wir uns mit Sophia. Sophia ist Bloggerin in Vollendung. Sophia, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast für mich. Ich bin auf dich gekommen und wollte mich unbedingt mit dir treffen, weil du, kann man sagen, Bloggerin bist. Findest du den Ausdruck schön, Bloggerin? Ich finde den Ausdruck ganz schrecklich, aber ja, das ist das, was ich mache. Würdest du sagen, das Bloggen, so sein Leben so ein bisschen zu veröffentlichen auch oder Sachen nach außen zu stellen, ist das eine Art von Therapie für dich? Ja, für mich auf jeden Fall. Aber das ist nicht nur Bloggen, also das hat bei mir auch schon vor ein paar Jahren angefangen, als ich zum Beispiel angefangen habe, eine Kolumne für ein österreichisches Magazin zu schreiben. Also das Schreiben auch einfach so, da gibt es ganz viele Formen von kreativem Output eben, die für mich Therapie sind, auf jeden Fall. Gibt es dadurch irgendwas, was dich besser fühlen lässt? Ich finde es spannend, weil es ist ja wirklich so, dass man so einen Blog jeden Tag füttern muss. Der ist ja wie ein Haustier, man muss den auch wirklich pflegen, weil sonst einfach keiner mehr drauf guckt, wenn du da nicht regelmäßig irgendwas Neues trafst. Das heißt, du entwickelst selber so eine Kontinuität, du denkst dir dann natürlich auch irgendwie immer was aus. Also das ist ganz gut, so ein bisschen so eine Disziplin zu entwickeln und ich koche viel mehr seitdem. Also das hat dein Leben sozusagen schon mal so ein bisschen strukturiert, dieser Blog. Eigentlich ist es dir dann so, dass du, das klingt ja schon fast, der Blog macht dich bürgerlicher, kann man das so sagen? Vielleicht, ja, vielleicht habe ich auch eine Beziehung mit meinem Blog. Wer weiß, habe ich noch nie so zu danach gedacht. Vielleicht ist es eine Sucht? Nee. Dass man so denkt, oh ich muss heute wieder was bloggen, ist es so ein Drang, also hat man so einen Druck selber, den man entwickelt? Nein, ja, man muss sich schon, also ich muss Essen mittlerweile fotografieren, wenn ich es gekocht habe, das ist schon so ein bisschen nervig, das nervt mich auch selber. Jedes Essen wird fotografiert? Fast, fast, fast. Und natürlich, man hat so einen Freundeskreis auch so ein bisschen zu kämpfen, also es gibt schon so dieses Ding, dass dann irgendwie Freunde sagen, oh Sophia, das will ich aber nicht morgen auf dem Blog sehen. Halten wir mal fest zusammen, seit du den Blog hast, bist du öfters zu Hause, du kochst regelmäßig, du bist disziplinierter geworden. Mit anderen Worten, dieser Blog und auch diese Art von Lebenskultur, klingt jetzt auch so ein bisschen hochgestochen, aber hat der auch so ein bisschen, fast therapeutische Maßnahmen, oder? Ja, kann man, kann man vielleicht so zusammenfassen, ja, also ich bin jetzt, ich bin kein perfekter Mensch, aber ja, vielleicht hat der Blog mich so ein bisschen therapiert. Denkt man manchmal auch, wenn man das, was man am Tag vorher geschrieben hat, ach du Scheiße, was habe ich denn da gestern gemacht, das muss sofort wieder runter. Ja, aber ja. Nimmst du, hast du schon viel wieder runtergenommen, was dir unangenehm war? Nein, gar nichts. Nichts bereuen. Jetzt haben wir so viel über deinen Blog geredet, jetzt müssen wir den Radio 1-Hörern mal sagen, wie deine Blog-Adresse ist, damit sich jeder ein Urteil bilden kann über deine, ich sag's jetzt mal, therapeutischen Maßnahmen auf dem Blog und überhaupt über deinen Blog. Also, mein Blog heißt osofia und die Adresse ist www.oh-sophia.net O-Sophia.dh, hä? Hä? Nee. O-Sophia.net, aber Sophia mit PH. Wenn man das googelt, O-Sophia, findet man dich gleich? Fort, ja. Super. Sophia, du hast jetzt noch einen Songwunsch, ganz spontan. Bei Radio 1, wir erfüllen Wünsche, wir sind dazu da, um Menschen glücklich zu machen. Heute ist dein Glückstag. Nicht zu was Experimentelles, wir haben einfache Hörer bei Radio 1, das sind ganz einfache Leute. Es ist Sonntag, die wollen was Schönes hören. Hast du einen Tipp? Einen Wunsch? Hast du einen Wunsch? Ja, ich wünsche mir von Niki and the Dove DJ Ease My Mind. Fantastischer Song, vielen Dank. Wir sind hier in Treptow und ich wollte jetzt mal ein paar Leute fragen, ob die sich schon selbst gefunden haben. Und die sehen hier alle wahnsinnig aggressiv und schlecht gelaunt aus. Ich frage mal ganz kurz hier. Hallo, darf ich eine Frage stellen? Ich würde gerne wissen, welches ist denn der beste Weg, um sich selber zu finden? Keine Ahnung. Dankeschön, okay, kann man nichts machen. Welches ist der beste Weg zur Selbstfindung, um sich selber zu finden? Sag mal. Ich habe eine Viertelstunde Pause, genau. Und dann, hast du dich selber gefunden? Die sind hier alle wahnsinnig leidenschaftlich, die Menschen. Ich will hier nicht mehr stehen. Marion, ich hasse es, ich verachte es, Menschen auf der Straße anzusprechen. Die sind asozial und dumm, deswegen laufen sie auf der Straße rum. Und deswegen bin ich so ein geiler Typ. Wie findet man heraus, wer man selber ist? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Guck mich mal an, wer denkst du, wer bin ich? Bisschen überfragt, Mensch. Bist du mit dir im Reinen? Kennst du dich gut selber? Ob ich mit mir selber im Reinen bin, kann ich nicht sagen. Aber hast du dich selber gefunden? Ja. Wodurch? Was hast du gemacht? Ich gehe einfach meinen Weg. Ich bleibe mir selber treu. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und ja, ich stehe zu dem, was ich sage. Also ich behalte meine Meinung, so wie sie ist. Ich vertrete sie so gut, wie ich sie kann. Und da bleibe ich auch dran. Okay, bei mir ist das andere. Ich habe jeden Tag eine andere Meinung. Ich bin Optimist. Optimist mich auch, das ist auch schon mal gut. Ich sehe optimistisch alles eigentlich. Ich versuche alles optimistisch zu sehen. Aber es gibt Tage, da hasche ich die ganze Welt. Und dann gibt es Tage, da liebe ich die Menschen. Gibt es bei mir auch. Hast du also auch so eine Probleme? Ja. Ich denke mal, die hat jeder, oder? Ja, die hat jeder, aber trotz... Wer hat mehr, der andere hat weniger. Ich muss den Hörern von Radio 1, ich habe deine Radiosordnung, mal erklären, wer ich selber bin. Kann ich aber nicht, weil ich nicht weiß, wer ich bin. Jetzt versuche ich das irgendwie herauszufinden. Also du machst einen netten, sympathischen Eindruck auf mich. Das täuscht. Das täuscht? Ja. Müsste ich dich persönlich besser kennenlernen, natürlich. Du kannst mit zu mir nach Hause kommen, dann können wir gemeinsam meine Leichen im Keller enträumen. Oh, kein Problem, helfe ich dir dabei. Soll ich eine Sackkarre mitbringen? Ja, eine große, bitte. Ja? Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich? Mein Name ist Oliver Schulz, genau wie Ihr Name. Und ich bin auf der Suche nach mir selber. Interessante Theorie. Und deswegen habe ich Ihren Namen gerade mal rausgesucht, weil ich eine Radiosendung mache, wo ich gerade dabei bin, mich selber zu finden. Der Name Oliver Schulz, würden Sie sagen, das ist wirklich ein wahnsinnig langwilliger Name? Ich denke mal, der Nachname ist natürlich einer der geläufigsten in unserem Lande. Aber der Vorname, das ist eine Frage des Alters, finde ich, in Deutschland. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Geht die Frage ja gleich weiter. Ich bin Jahrgang 59. Oh, ich bin Jahrgang 73? Ja. Aber Ihre Eltern haben sich sehr früh für den Namen Oliver entschieden. Der war da noch gar nicht so richtig in, glaube ich. In der Tat, ja. Bei mir ist es manchmal so, ich bin Radiomoderator und Musiker, dass ich mir manchmal wünsche, ich hätte einen interessanteren Namen. Haben Sie auch manchmal diesen Wunsch? Nein. Nein, Sie haben sich abgefunden mit Ihrem Namen, kann man sagen. Fast abgefunden. Ich habe darauf wenig Einfluss. Ich könnte Geld in die Hand nehmen und den ändern. Aber warum sollte ich das tun? Ja, das stimmt. Warum sollte man das tun? Es gibt dafür keinen Grund. Sind Sie mit sich im Rhein? Haben Sie sich selber gefunden? Wissen Sie, wer Sie sind? Das definiert sich doch nicht über den Namen. Schauen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der Oliver Schulz heißt und jemand, der heißt Leclerc zum Beispiel, Michel Leclerc, dann denkt man doch gleich von vornherein, das ist eine ganz andere Person als jemand, der Oliver Schulz heißt. Meinen Sie nicht, dass der Name aus... Nein, das ist Ihre subjektive Empfindung. Das geht mir nicht so. Okay, dann sind Sie besser drauf als ich. Das mag sein. Aber hätten Sie, wenn Sie damals eine musikalische Karriere eingeschlagen hätten oder eine künstlerische Karriere, hätten Sie einen anderen Namen gewählt? Was für ein Jahrgang waren Sie noch mal? 73. Ja, sehen Sie mal, das war so, naja, 74, 75 vielleicht, ist man dann so in das Alter gekommen, wo man dann, nachdem man sich jahrelang mit einer Geige rumgeprügelt hat, gelernt hat, die Mädels stehen mehr auf Gitarren. Ja, das stimmt. Eine Frage. Wie viele Menschen haben Sie in Ihrem Leben getroffen, die Oliver Schulz heißen? Ungefähr, über den Daumen. Niemanden. Niemanden? Niemanden. Gucken Sie mal im Telefonbuch nach. Oliver Schulz, es gibt wahnsinnig viele Menschen. Ob man dadurch Identifikationsprobleme kriegt, wenn man merkt, ich bin einer von Tausenden, die diesen Namen tragen. Da würde ich dann mal, vielleicht in München, der Gerhard Müller anrufen. Ja, der jetzt noch härter wahrscheinlich, ne? Also dem muss es ja richtig scheiße gehen. Ja. Ich hatte einen in meiner Klasse, der hieß Martin Luser, also L-U-S-E-R, Martin Luser hieß der. Und den habe ich beim Klassentreffen jetzt wieder getroffen und der hat jetzt eine Koreanerin geheiratet und jetzt hat er einen Doppelnamen und heißt Martin Luser Kim. Ja. Das finde ich ist ein sensationeller Name. Der ist ganz hübsch, ja. Ja, Martin Luser Kim. Ich habe jetzt gerade bei mir im Haus an einem Briefkasten den wunderschönen Frauennamen Aurebelle Corneli gelesen. Ich habe sofort an einen Südstaatenroman gedacht. Absolut, vom Winde verweht und Fackeln im Sturm. Wunderbar. Wunderbar. Und sieht die Dame auch aus wie eine Aurebelle? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ach, da würde ich mal klingeln an ihrer Stelle. Das würde ich auch tun, ja. Herr Oliver Schulz, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für dieses ausführliche Gespräch und dass Sie die Zeit sich genommen haben. Ja, viel Spaß noch, ne? Dankeschön. Dank, dann. Tschüss. Mensch, das war ja einfach mal so aus der Pistole geschossen, einen richtig coolen Oliver Schulz getroffen. Spitzentyp gewesen. Ich mag Oliver Schulz. Ich bin heiß, der Motor brennt. Eine Frau. Eine hübsche Frau. Da kommt einer raus, da kommt einer raus. Eine hübsche Frau? Mit dem Hund? Ja, ja. Hallo, darf ich eine Frage stellen? Ja, ja. Es geht um eine Sendung. Es geht um eine Sendung, um Selbstfindung. Welches ist der beste Weg, um sich selber zu finden? Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Demos, jeder selber finden. Ja, aber ich habe meine noch nicht gefunden. Können Sie mir einen Tipp geben? Ähm, viel in die Natur, Ruhe, Seele baumeln lassen, nicht zu viel nachdenken. Auch mal Schreitherapie. Haben Sie davon noch mal was gehört? Ja, habe ich aber noch nicht gemacht. Aber ich schreie jetzt nicht. Wie haben Sie sich selber gefunden? Ich weiß ja gar nicht, ob ich mich schon selber gefunden habe. Vielleicht ein bisschen. Aber noch nicht so ganz, ne? Ich glaube, man lernt nie aus, ne? Und mein Opa hat gesagt, mein Opa ist 93 Jahre alt geworden und der meinte, du, das stört niemals auf. Mach dir keine Sorgen, es wird nicht langweilig. Hilft der Hund ein bisschen, sich selber zu finden, weil man den immer dabei hat? Das ist ja auch eine Aufgabe, so ein Hund. Hilft ja auch im Weg zur Selbstfindung. Soll ich mir einen Hund zu legen? Also ein Hund ist immer eine gute Maßnahme für alles sowieso. Weiß ich jetzt nicht, ob zur Selbstfindung. Aber man kommt zumindest viel raus. Geht viel in die Natur. Also sollte man zumindest, wenn man einen Hund hat. Und besinnt sich manchmal so im Alltagsstress, wenn man ganz viel arbeitet und so mal auf wesentliche Dinge. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. Die war total nett, Mai. Ja, super. Genau so muss das sein. Aber hier laufen auch so viele rum, die total unsympathisch aussehen, ne? Ja. Woran liegt das? Was ist hier los? Das ist Berlin. Das ist Berlin, wa? Ja. Radio 1. Ja. 1. Nur für Erwachsene. Liebe Radio 1-Hörer, wieder mal geht eine Sendung zu Ende. Zwei Stunden Olli Schulz auf Radio 1. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen unterhalten. Vielleicht haben Sie ein bisschen was mitgenommen auf der eigenen Suche nach Ihrer eigenen Identität. Konnte ich Ihnen vielleicht ein paar kleine Tipps geben, ein paar Tricks. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade richtig gut. Ich habe einige schöne Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist diese Radiosendung meine Therapie und ich brauche gar nichts anderes. Marion, es war deine erste Sendung mit mir zusammen. Wenn das jetzt ein Date gewesen wäre, wir beide zwei Stunden hätten uns getroffen, so blind date-mäßig. Was würdest du denn sagen, mit welchem Resümee oder mit welchem Gefühl würdest du rausgehen aus diesem Gespräch, diesen zwei Stunden? Ich würde denken, schauen wir mal. Das ist alles, was du sagst? Schauen wir mal, die positiven Eigenschaften, die dir mir aufgefallen sind? Ja, mir sind viele positive Eigenschaften aufgefallen. Also ich finde zum Beispiel, du bist sehr freundlich. Ja, das sagen mehrere. Das mögen ja viele Berliner nicht, weil die Berliner sind an so eine Atzenart gewöhnt. Und das ist auch so ein Problem. Ich müsste, glaube ich, ein bisschen unfreundlicher werden, weil das ist so der Tenor der Stadt wie ein Assi reden. Das finden viele gut. Vielleicht muss ich da ein bisschen runterschrauben. Ja, kannst ja mal probieren. Dann gucken wir mal, was dann rauskommt. Ich höre es lieber auf zu reden, liebe Radio 1-Hörer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Finden sich gebenedeit, gesegnet. Meine Füße sind Ihre Ohren. Das war Olli Schulz und Thua. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagen Sie Ihren Ohren. Sie sollen sich warm anziehen. Denn jetzt kommt Olli Schulz on Tour. Ein Mann geht auf die Straße und sucht nach persönlichen Gesprächen und überraschenden Begegnungen. Überall in Berlin und mit allen Arten von Menschen. Olli Schulz on Tour. Jeden zweiten Sonntag von 16 bis 18 Uhr auf Radio 1. Ohne Netz, ohne doppelten Boden, ohne Vorabsprachen. Meinst du, das wird schlechter mit der Zeit oder meinst du, es gibt nochmal irgendeine Wende? Hast du positive Zukunftsaussichten? Vorher waren wir echt alles nur Punks und viele Hunde bei uns in den Parks und so. Und jetzt sind da nur noch junge Muttis mit Kindern und und. Mehr Infos unter www.radio1.de Olli Schulz on Tour. Die Sendung, die alle überrascht. Sogar Olli. Das wäre eine große Überraschung der Menschheit, wenn die Menschen anfangen selber zu denken. Radio 1. Nur für Überraschungen. Fr experient state einde. 11. 13. 12. 18.